Ich hab's ausprobiert. Wenn man dann irgendwas Verrücktes macht oder einen Hund tritt oder einen Stein schmeißt und eine Fläche kaputt macht, dann suchen die Leute die Trainingsplätze anders auf. Ein Beispiel dazu kann man im Internet anklicken, von diesem Inder, der jetzt in Nepal wohnt, der drei Jahre ohne Essen und Trinken gesessen hat. Da sind sie auch nur hingegangen, haben Hallo gesagt und danach konnte er nicht mehr. Also leichte Deformierungen gehabt. Also auf Deutsch, in Japan gibt's diesen Tempel da von Shinto. Da darf man nicht einfach hingehen und irgendwas machen und darüber reden oder durch die Blume darüber reden. Ich glaub, das ist das letzte Geheimnis davon. Jedenfalls, wenn man diese Leute in der Übung an die Aufmerksamkeit ranlässt, dann hat man irgendwelche Deformierungen davon, möchte ich nur glauben, möchte ich nicht sagen. Ich würd's doch mal ausprobieren, mit sich alles gefallen lassen. Die werden dann ja nicht gleich zerreißen. Die wollen ja nur mal alles wissen und über alles reden und alles melden und wieder nix geholt haben. Die wollen halt im falschen Stolz und das meinen sie halt von anderen. Der Eins. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.